Oh, Number One! Oh, Number One! Yo, Number One! Komisch eigentlich, ich hab kaum den Tank erwischt. Keine Ahnung. Obwohl die Magnum... Ah ne, ich hatte die... Ja, der Bill, der Bill. Ja, ja. Der Bill ist unsere neue Rochelle. So, das ist wirklich es. Wir gehen zu einigen Islanden? So lange, World. Wir lieben alle Zombies. Und sie haben uns zu sterben. Was willst du denn von mir? Nö. Nö, 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 nö. Na, ich... Weiß noch, was haben wir denn hier? Ich bleib dabei, alles klar, mach offen. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. War ich nicht. Oh, das war aber ein Zufallstreffer. Ja, war es auch. Den hab ich auch gesagt. Was ist hier hinten? Oh, das war auch ein Zufallstreffer. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Glaub ich. Boah. Aber wieder Lois, ne? Weiß nicht. Dann komm weiter. Na ja, geh mal. Ich möchte hinter dir stehen. Ich brauche ein Schutzschild. Ja, ich renne hin und bin nahe dran. Und wir schießen konnten da hinten ab, ist klar. Sehr froh, ich wollte auch von hier schießen schon. Oder das hat sie irgendwo so angehört, dass wir ein Wittchen, ein Wittchen nennen. Nö, nö. Nö, nö. Der war's drin? Ja, war Waffen. Waffen, irgendwelche Schottis? Ja. Ja, ist klar. Dann noch. Bist euch den Mist. Boah. Warte, ich will mal grad gucken. Moment, Moment, Moment. Axt? Nö. Ist klar. Ich trau mich noch nicht mit der Axt hier rumzuspielen. Ich weiß nicht, wie die Level sind. Seid ihr da? Ja. Ah ja, wir sind da. Ach ja, durchs Fenster. Ach guck mal, was haben wir hier. Bumakotze. Bumakotze hab ich gesagt. Nö, dies, dies... Finde ich AK besser. Nö, nö. Die hab ich ja. Aber so kann ich nachladen. Hier ist ne... Ist ne Pistole oder ist das denn für eine? Ach, die hab ich schon. Meine. Meine Tabletten. Meiner? Oh, ich steh genau... Nein! Ich werde in den Rauchfahren. Das war jetzt nicht lustig. Also ich... Hey komm mal! Hey! Ich war auch da und du Vogel. Ich stand... Vor mir war diese olle Splitterin. Mit Bumakotze ange... Ja mit Kotze. Und hinter mir hat's er hingespuckt. Ja. Egal. Und vor mir kam mit Hammer durchs Fenster so ein Fahrtschaff. Durchs Fenster. Jetzt auf jeden Fall drauf gehabt. Komm her. Was? Äh, brauche ich nicht. Ich glaub die megnum und äh... Hast du noch irgendwo was? Ne, ne? Was man durchs Fenster? Und ich bin runtergefahren. Müsst du ja eh. Ja. Woher kommt das denn nicht? Was seid ihr fertig? Ja, schau. Ich find's ja... Dass... ich bin hier oben. Ja. Ja. Ich sich schon fast grad, dass sowas kommt. Ja? Na... Dann komm weiter. Wenn ich fast, sagt, dass sowas kommt. ja ja wie laute eng eng musste noch töten das war klar da ich dich kenne da du meine kills auch mal weg holst ne auf die meute erst mal draufballern du holst die munition und wir kämpfen da draußen hier ja so jetzt eine witch da warte mal ich muss mal eben kurz die sounds milita gleiser machen noch er hat die nicht auf hier draußen wo ist er hier draußen wer tot jonge ich hab dir wohl die Luft gesprengt meine wow wow ja da hatten wir das letzte mal auch schon mal ja wo lang da um ecke nein ne hier runter wahrscheinlich was ist denn denn oh warte mal hier ist extra munition brand munition warte ich komm was mach ich ich kill die erstmal aufs sachgenosse ja wollte ich auch noch mal gucken da kommt was wo mal stehen wo ist der ach du da gut ja geil nur weil die beiden getroffen werden geil ja ja kennt man bestimmt ach du wurdest auch mit getroffen ja ich hab den aber ja nix neues also nö kennt man das schon das kennen wir doch schon alles doch sonst langweilig wir müssen auf jeden Fall hier unten sein ja na hier ach du bist eben schon an mir vorbeigerannt cool ne oder müssen wir rüber rüber schnach schnach ich bin fast tot ja na na hallo wo kommt er wo ist er keine ahnung keine ahnung keine ahnung kommt er gleich da drin ist er ja 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 o.k.e. spät die waffe gewechselt ja ne ich find schön ja mach's denn ich mach's drin okay mach's schussfeld ach nö ha 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 ich fühl das geil von hinten erst mal schon alles wegnetzeln ja ist oben lang denke ich unten lang ich bin hier mal okay action die draußen geht es auf jeden fall weiter dann lade ich wenigstens auf jetzt schon vergisst du dass sie danach oder ich denke junge was jetzt kein meter mehr ja das nächste pack ist meins behalten wir halten mich jetzt hier hallo heute will mich nicht heilen das war klar dass du dir wieder ins rausgeist ich bin der sandmann was hast du gemacht ich habe nichts gemacht hallo du hast doch auch du hast doch auch baum du hast doch auch bombe alter bild bild gilt drauf will geht drauf muss ich ganz schön drunter kriege ich kann ganz jetzt schon nicht nachlangen ja von hier oben geht ja dann kommen wieder tausend hinter mir ich hab nichts gemacht ich bin nur hochgegangen ja hatte war das eine witch? ne ne war keine oh oh da ist er ja da ist er ja und sagt er ledig cool neue munition munition ist nichts gutes ich guck mal hier ganz auf der anderen seite vom schiffel nein nein ich hab nicht die waffe eben oh 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 jockey 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 und tschüss tot 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 ja ist mir klar ich geh sterben boah meine wie du Zombies geben dir den Sack komm hoch bleib stehen nein nein ist doch gut hätte doch lieber Bill heilen sollen ach du bist wichtiger das ist ne KI ne KI ist auch wichtig nicht so wirklich find ich hier wahrscheinlich lang ne na tipp ich mal ja müssen wir auch feiern der hole ich schieß einmal der reloading ja er muss natürlich die da gleich hinwerfen hey ich hab dir nur das nachladen erspart Bill ist der nächste ja der kratzt dann ab du meinst der tot ist du meinst der tot ist das war Bill das war ein blöder jockey das war ich das ist immer zu geil egal mit wem du spielst irgendwie ja wo 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 Bill braucht ein bisschen lang irgendwann hier sicher ja nein du hast mich runter geschubst nimm deinen fetten Arsch da weg du hast mich eben auch geschoben ich will doch hier erstmal abknallt weil so wegen sowas tschau 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 no nehm ich noch 10 meter mit boah ey aber das war klar dass es irgendwann noch kommt los ja so sind die level eigentlich ganz gut aufgebaut also viele monster mal action richtig aber sonst bis jetzt Jootl los wo komm weiter alles nachgeladen bin schon weiter gelaufen da ist er ja schon macht er machte vorher noch nicht zu eben heilen heilen und dann klauen wir den anderen das pack geben schnell 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 ich halte ich halte ich pack clown jetzt haben wir gleich viele waffen hier ja sehen gut aus die waffen geschafft ja aber er ist noch ein zweiter jetzt